Hallo, seid gegrüßt. Nicht erschrecken, dass ihr mein Gesicht tatsächlich wieder seht, aber ich habe ja gesagt, ich fange jetzt so im August mal wieder an, ein paar Unboxings rauszuhauen, überhaupt mal wieder ein paar Videos auf Ich-Packe-Aus rauszuhauen. Und zum Reinschnuppern habe ich mir gedacht, packe ich mal ein paar von meinen Blu-Rays aus, die da doch schon so am Verstauben waren. Die liegen da wirklich schon wochenlang eingeschweißt. Und da habe ich mir jetzt die ersten drei gegriffen. Irgendwas raschelte hier gerade im Gebüsch. Ich weiß nicht, was das war. Naja, jedenfalls habe ich mir die ersten drei gegriffen. Und falls ihr Interesse habt, bleibt dran, schaut einfach mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, und los geht's. Zum Einstieg gibt es mal wieder etwas leichtere Kost von mir. Filme für die ganze Familie quasi. Und den Anfang macht dabei. Trammelwirbel. Der zweite Teil zu eine zauberhafte Nanny, der da den Titel trägt, Knallauffall in ein neues Abenteuer. Der erste Teil befindet sich bisher noch nicht in meiner Sammlung, soweit ich mich jetzt entsinne. Aber ich fand beide Teile gleichermaßen charmant und unterhaltsam. Emma Thompson ist einfach wunderbar in der Rolle der Nanny McPhee, welche geschickt wird, um etwas unartigere Kinder wieder auf den rechten Weg zu bringen. Nanny McPhee erscheint dort, wo Hilfe benötigt wird, anfangs noch recht verunstaltet, mit Warze auf der Nase und dergleichen. Doch so nach und nach, wenn die frechen Kinder etwas dazugelernt haben, verschwinden bei ihr die kleinen Schönheitsfehler. Mir jedenfalls haben die Nanny-Filme sehr gut gefallen, auch von der optischen Umsetzung her, wodurch sie ein wenig an die Klassiker wie zum Beispiel Mary Poppins erinnern. Ah, ihr seht, erfreulicherweise ist die Blu-ray auch mit einem Wendekover ausgestattet, wodurch sich das Ganze gleich wieder deutlich besser im Regal macht. Also, wer Nanny McPhee noch nicht gesehen hat und vielleicht auf die alten Disney-Klassiker à la Mary Poppins steht, sollte vielleicht mal einen kleinen Blick riskieren. Aber gut, weiter geht's. Und zwar mit Shopaholic, die Schnäppchenjägerin. Einer, wie ich fand, recht unterhaltsamen und spritzigen Komödie mit der bezaubernden Isla Fischer in der Hauptrolle. Schon allein ihretwegen machte der Film jede Menge Spaß. Die Handlung ist, wie meistens bei solchen Komödien, doch recht banal. Aber was soll's. Isla Fischer spielt die junge Rebecca, die nichts lieber tut, als unentwegt durch die Nobelbuttiken zu shoppen. Naja, bis eines Tages dann plötzlich finito ist, ihre Kreditkarte nichts mehr hergibt und sie sich etwas einfallen lassen muss. Also sucht sie sich einen neuen Job, in welchem sie dann, wundersamerweise, plötzlich ganz andere Talente an sich entdeckt und sich selbst zu verändern beginnt. Der Film beruht wohl auf einem Bestseller, welcher mir aber nicht bekannt ist. Und wenn man den Lesern und Leserinnen des Bestsellers glauben darf, oder glauben schenken darf, so ist diese Komödie als reine Buchverfilmung gesehen komplett in die Hose gegangen. Naja, mich störte dieser Punkt jetzt nicht so, aber was mich dagegen stört ist, dass die Blu-ray ohne Wendercover daherkommt. Immer wieder ärgerlich. Naja, kommen wir zur letzten Blu-ray für heute und dabei handelt es sich um Coraline, einen putzigen Stop-Animation-Movie, welcher vom selben Regisseur umgesetzt wurde, der auch bei Nightmare Before Christmas auf dem Regiestuhl saß. So wie ich gelesen habe, ist Coraline auch der erste in 3D gedrehtes Stop-Animation-Film. Ich persönlich fand den Film eigentlich ganz nett, muss aber gestehen, dass ich im Vorfeld doch ein wenig mehr erwartet hatte. Zum Kauf dieser Blu-ray entschloss ich mich in erster Linie auch, weil diese eben in 3D ist und ich für meinen 3D-Beamer mal wieder neues Futter benötigte. Bei knapp 10 Euro für einen 3D-Film konnte ich dann jetzt auch nicht Nein sagen. In Coraline geht es um ein kleines Mädel, das in ein neues Haus zieht und dort eine geheimnisvolle Türe entdeckt. Diese Türe ist der Durchgang zu einer magischen Welt, wie sie sich Coraline immer erträumte. Doch schnell muss Coraline erkennen, dass auch diese Welt ihre Schattenseiten hat. Auch hier sehr erfreulich, die Blu-ray kommt mit einem Wendecover daher. Somit steht es bei der heutigen Ausbeute 2 zu 1 für die Wendecover. Immerhin. Nun gut, dann war es das aber auch für heute mit meinem kleinen ersten Film-Unboxing nach längerer Auszeit. Schauen wir mal, ob ich euch so langsam mal wieder mit regelmäßigeren Videos hier auf Ich-Pack-Aus versorgen kann. Ich hoffe doch sehr. Aber okay. Macht's gut und bis die Tage. Ciao. Bis zum nächsten Mal.